Musik Hallo, ich bin die Lena Marheme, ich bin die Tochter von Steffen Marheme. Ich gehöre zu unserem Betrieb Holzkunst Marheme dazu. Ich bin zum Beispiel da, für Facebook, Instagram oder auch unsere Homepage irgendwie neu zu gestalten. Musik Hallo, ich bin Alexander Marheme, der Sohn von Steffen Marheme und ich helfe bei allen Arbeiten, die man nicht sieht. Ne, wenn Hilfe benötigt wird, bin ich da. Sei es Holz vom Holzspeicher runtergeben oder halt den Hissenspeifen. Musik Hallo, ich bin die Andrea Marheme für die Frau von Steffen Marheme und bin für Lagerversammte und das ist nicht zuständig. Ja, hallo und ich bin der Steffen, der Chef von der ganzen Truppe hier. Und hier sind wir jetzt hier an meiner Säge, an meiner Lieblingsmaschine. Wir sind die Familie Holzkunst Marheme. Alex, Andrea, Lena und der Steffen. Tschau! Musik 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 Vielen Dank.